Ah, das ist dunkel. Ein bisschen Buntheit in die Welt. Kannst du Licht machen mit deinem Handy, Gregor? Ah ja, klar. Ich blende aus. Beleuchte mal den Johnny. Kann sich nur um fünf Minuten handeln. So, jetzt aber. Johnny verschönert. Geh näher hin. Ja, ja, noch näher. Ja, super, jetzt sieht man was. Bist du, das ist der volle Kunstfilm, das ist wie... Näher, näher, mehr, mehr, mehr Licht, mehr Licht. Jawoll, jawoll. Johnny, gib uns. Warte, weniger... Okay, ja. Super. Ein kleines poetisches Kunstfilmchen wird sofort auf Vimeo gestellt. Mehr, mehr, mehr Licht zum Johnny. Ja, Wahnsinn, man sieht nur seine Hand wo. Das ist so... Das ist so avantgardistisch. Hätten sie das in den 60er Jahren schon können. Und diese Poetik der Seifenblasen. Die Schönheit liegt in der Vergänglichkeit. Bist du Deppert? Das ist 3D. Warte, warte, warte Warte, warte!